Mietzi, guck doch hier. So und puff. Ja, die ist so dämlich. Nein, werde sie sich gleich holen. Ich glaube, die Sonne blendet sie ins Gesicht. So Bundesligatag heißt Grilltag. Mit dabei ist Davide, der hier sitzt. Mit dabei ist Memo. Ehrengast Uwe auch am Start. Und Holle. So, jetzt wird gleich fett gesnackt hier. Auf entspannt. Holger war einkaufen beim Ehrenbruder Mehmet. Na, Mann. Das da vorne, das nennt man einen LSD-Fisch, beziehungsweise Mandarinfisch, glaube ich, heißt. Wegen der Farbe. Schaut euch das mal an. Holy shit. Was ein schönes Tier, Digga. Ja, ich weiß, ihr habt alle Hunger. Tut wieder so in meiner Instagram-Story, als wenn ihr alle verhungern würdet. Hier sind die Korallenwächter. Der verschollene Sohn ist dabei. Wer ist das von den beiden? Das ist der verschollene Sohn, der jetzt weggeschwommen ist. Das war der, der da in dem Filter drin war. Und ja, Aquarium läuft. Allen geht's gut. Kann mir jeder sagen, was er will. Es gibt nichts Besseres, als wenn er geht. Ah, Race Credit in FIFA. Es gibt wirklich nichts Besseres, Digga. So, nur damit ihr nochmal Bescheid wisst. Das hier ist der Ordner mit den Aufnahmen, wo ich ein Video, oder wo ich mich dazu äußere, wegen Gerichtsverhandlungen. So sieht das Ganze morgen für euch aus. Video kommt morgen um 10 Uhr auf meinem Kanal. Muss ich wieder nicht verstehen. Das ist ein Eigentor bei FIFA. Buff. 0% abgefälscht. Tor. Oh, wahrscheinlich Eigentor, Digga. Wahrscheinlich Eigentor, EA, oder? Eigentor, Digga. Und auch Eigentor, Eigentor. Erik. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.